Okay, ich bin hier. Wie komm ich rein? Gib mein Passwort ein. Lila. L-Y-L-A. Zugriff abgelehnt. Ach toll. Noch irgendwelche anderen Ideen? Lass mich nachdenken. Könnte ich doch einfach. Sesam öffne dich oder gib mir Zugriff sein. Zugriff gewährt. Das war komisch. Okay, fangen wir mit dem Startverfahren an. Ganz ruhig, Parker. So einfach ist das nicht. Hast du die Quark-Verstärker angeworfen? Die Technion-Relays? Ja, ja. Habe ich alles gemacht. Würdest du bitte... Die Heisenberg-Komponsatoren abgekoppelt? Ja, natürlich. Schock. Nein, habe ich nicht. Ich hatte recht. Wow, ich... Oh nein. Was ist los? Es ist Mary Jane. Sie stirbt. Heute. Hier bei Elchimax. Was, weißt du? Verschockt nochmal, Parker. Was hast du da nicht herumschnüffeln? Nicht kapiert? Okay, ich bin ein neugieriger, Parker. Aber jetzt, als ich es weiß, ist es... Ist es was? Mein Job, sie zu retten? Ich habe genug zu tun. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst nicht ignorieren, dass sie in Gefahr ist. Hey, ich konzentriere mich auf das, was zählt. Was zählt, ist nicht darum zu stehen und zuzusehen, während jemand leidet oder stirbt, weil du nichts unternimmst. Wenn du das nicht verstehst, dann verstehst du überhaupt nichts davon, Spider-Man zu sein. Du bist derjenige, der es nicht versteht, Parker. Die Zukunft hängt von... Meine Zukunft ist bedeutungslos ohne sie. Das wird ein Riesenfehler sein. Ich schulde dir was, Miguel. Gewaltig. Richtig, das tust du. Aber vielleicht gleicht das ja alles aus, was die Welt dir schuldet. Vielen Dank. Wirklich.